wenn wir hier ist dass man kfg sieht gerade ich habe den skin jetzt gerade den kostenlosen skin und Prozent von Lego und so wenn ihr unbedingt möchte wenn ihr überhaupt den skin überhaupt auch dasselbe auch haben möchte dann schaut bitte mal den letzten video was ich dann letztes mal hochgeladen habe und anstelle so also dann habe ich ein Video gemacht wie es wo kommen könnte und so und ja Leute das ganz einfach habt ihr jetzt auch den skin bekommen mit meinem Sprint das ist gerade angekommen hier ist es ich gehe zum Beispiel auf Prozent erhaltene und hier ist jetzt auch das wenn jeder Version etwas verpackt aber wie ist es denn und ja Leute wenn ihr unbedingt machen wollt dann hier ist auch ein paar Liste was die machen willst ist zum Beispiel Legokonto verknüpfen die Kinder für eure EPEG Games Konto mit dem Legokonto und frei zu sein in den Lande ihr müsst einfach auf Webseite gehen und das verknüpfen und dann habt ihr schon den skin also ja viel Spaß und ciao ciao